Hey! Nein! Ähm... Naja, okay. War doch sehr bescheiden. So! Hab ihn! Ich seh ihn! Er sieht sich auch! Sehr gut! Ey Leute, das wär jetzt... Das ist jetzt echt unfair, was hier gemacht wird. Was denn? Sitzt hier in der Ecke, weißt du? Alter, oh shit! Hier, erste Hilfe! Alter, nein! 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 Oh! Alter! Ich muss gleich mal mein Fetz dazu machen, ey, sonst kommen die Nachbarn rüber. Wie kann man denn da rumfahren? Lass mich deine Wunden versorgen! Ja, das ist so gerade nicht mehr normal, was hier gerade ab hier, oder? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Stand ja auf der Seite? Nein! Vor allem, wir wussten, dass ich hier unten sitze, ne? Wie er es schon gewusst hat. What? Oh, was soll denn das? Stimmt doch einfach! Ja! Hau dir ins Gesicht gehauen! Scheiße! Das verstehe ich immer nicht mehr. Kann man dann immer so viel Glück haben? Das weiß ich nicht. Aber ich verstehe auch nicht, wie ich das überleben konnte da drin.